Luke Mockridge, das war mal ein gefeierter Newcomer am Comedy-Himmel. Jetzt allerdings polarisiert er, wo es nur geht und eckt auch ziemlich an. Zuletzt mit Äußerungen in einem Podcast anlässlich der Paralympics hat er sich über Menschen mit Behinderungen lustig gemacht. Ich schaue mir in diesem Video mal an, ob Luke Mockridge damit sich nicht nur lustig gemacht hat, sondern möglicherweise auch strafbar gemacht hat. Denn genau für solche Situationen gibt es einen neuen Straftatbestand. Den will ich euch an dieser Stelle mal vorstellen. Wir sehen, dass eine Sat.1-Show von Luke Mockridge direkt abgesetzt worden ist. Wir sehen, dass einige Werbepartner sich von dem Podcast abgewandt haben. Das alles will ich hier näher rechtlich betrachten. Kann man einfach so die Werbung kündigen? Kann man jetzt seine Shows absetzen? Ich zeige es euch hier in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und ich danke euch für eine Million Abonnenten auf diesem Kanal. Danke für jeden, der dieses Abo-Knöpfchen gedrückt hat oder vielleicht noch drücken wird. Gestern liefen die Schlussfeiern der Paralympics in Paris. Das war ein ganz buntes Fest, so wie die Olympiade. Eine tolle Stimmung, eine wirklich bunte Show. Und Deutschland ist gar nicht so schlecht weggekommen. Wir sind Platz 11, konnten 49 Medaillen ergattern. Ich habe höchsten Respekt vor den Athleten und Athletinnen, die da mitgemacht haben. Möglicherweise nicht ganz so viel Respekt hatte Luke Mockridge. Am Wochenende hat er nämlich mit dieser Schlagzeile hier für Furore gesorgt. Er verhöhnte die Parasportler und hat sich einfach nur lustig gemacht. Und das war ziemlich respektlos, wie nicht nur ich finde, sondern so ziemlich die gesamte Online-Welt. Und wir schauen direkt mal rein. Es gibt zwei besonders harte Aussagen. Ich meine, der ganze Podcast war irgendwie ein bisschen kurios. Aber zwei, die wirklich unglaublich waren. Wir hören mal rein. Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat? Sollen wir die mal in so einem Wettrennen gegeneinander? Sollen wir mal gucken? Diese Idee ist wild, Alter. Und vor allem, es ist ja nicht schwer. Weil da kommt ja so ein Kleinwüchsiger, der spielt Tennis gegen einen, der so ist. So Hände hat. Die normal, kannst du nochmal zeigen? Ich brauche das. Die können schwimmen. Also es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken. Der ertrinken die doch. Und wer als Letzter ertrinken hat? Ja, also es geht da so, man wirft Menschen ohne Arme, ohne Beine in ein Becken. Und wer als Letzter ertrinkt, der hat gewonnen. Das war sozusagen der Witz. Und sie finden es wahnsinnig lustig. Und es geht auch noch um die Aussage am Anfang, die da getätigt worden ist. Die wird gleich in meiner rechtlichen Bewertung auch noch eine Rolle spielen. Hören wir da mal rein. Das ist behindert und Phobie. Du hast du das jede drei Tage. Ja. Dein Befund. Ja, genau. Ich bin geistig behindert. Und bei den Paralympics würdest du auch rasieren, Alter. Ja, bei allem. Ich mache in allen Sportarten mit und gewinne. Weil das sind ja nur so Leute, die so Hände haben und so. Ich habe das in meinem, ich rede auch über die Paralympics bei meiner Show, ne? Ja. Ich finde das ja mega. Das ist toll. Ein tolles Event für Inklusion. Ja. Aber der Erste, der die Idee hat, das ist schon abgefahren, oder? Ja. Der Erste, der in ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat, ey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Lass uns das mit dir. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Ja. Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat? Soll die mal in so einem Wett drin gegeneinander? Sollen wir mal gucken? Der hat diese Idee. Der ist wild, Alter. Ja, also das sind die beiden Witze, sage ich mal, die Luke Mockridge da gemacht hat. Einerseits sagt er natürlich hier, ich finde die Paralympics super, aber die ganze Zeit geht es eigentlich relativ hart gegen die Sportler, wie ich finde. Jetzt gibt es eine öffentliche Empörung, das ist klar, aber der eine oder andere kommt jetzt auch auf die Idee, ist das nicht Beleidigung, ist das nicht Volksverhetzung? Aber bevor wir die beiden Paragraphen prüfen, müssen wir eher eine nagelneue Norm im Strafrecht prüfen, nämlich die verhetzende Beleidigung. Ihr seht, das geht mir auch noch nicht so runter, weil die nämlich wirklich ein neuer Paragraph ist, 192a. Der soll die Lücke zwischen Volksverhetzung und Beleidigung füllen. Und den will ich jetzt mal mit euch ganz kurz durchgehen. Da sieht man hier, wer ein Inhalt, der geeignet ist, die Menschenwürde anderer dadurch anzugreifen, dass er eine durch ihre nationale, rassistische, religiöse, ethnische Herakon ihrer Weltanschauung ihre Behinderung oder ihre sexuelle Orientierung bestimmte Gruppe oder einen Einzelnen, wegen dessen Zugehörigkeit zu einer dieser Gruppe beschimpft, böswillig, verächtlich macht oder verleumdet, an eine andere Person, die zu einer dieser Vorbeitechnengruppen gehört, gelangen lässt, ohne von dieser Person hierzu aufgefordert zu sein. Wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. So, das ist die Norm, die neu ins Strafgesetzbuch gekommen ist. Und Sinn der Norm war es eben, da eine Straftat zu schaffen, wo man Menschen beleidigt, ohne aber einen konkreten Menschen zu beleidigen. Also, die Aussagen hier, die müssen sich ja nicht konkret an das einzelne Opfer richten und müssen auch nicht öffentlich sein. Bei der Beleidigung braucht man immer einen ganz persönlichen Bezug. Also, der Herr Schmitz hat den Herrn Müller beleidigt und oft werden aber gegen so Gruppenbeleidigungen rausgehauen und das wollte man nicht mehr tolerieren. Und so kam es zu diesem neuen Straftatbestand der verhetzenden Beleidigung. Und das ist auch noch ein bisschen was anderes als Volksverhetzung. Bei Volksverhetzung muss der ganze öffentliche Frieden bedroht sein. Das seht ihr hier, muss ja gar nicht bedroht sein, der öffentliche Frieden. Und wir werden jetzt gleich Stück für Stück durchgehen und diese Norm prüfen und schauen, ob Luke Mockridge sich genau deswegen strafbar gemacht haben könnte. Also, das dürfte einer der ersten großen Verfahren sein, bei dem das Ganze hier zur Anwendung kommt. Aber apropos große Verfahren, es gibt auch gerade ein gigantisch großes Verfahren gegen Twitter. Und da zahlt euch unser Partner RightNow Geld, aber die machen jetzt dem Pott langsam zu. Das heißt, ihr müsstet jetzt checken, ob ihr betroffen seid und dann bekommt ihr noch Geld von RightNow. Die machen euch ein Angebot. Also, ihr braucht auch keinen Rechtsschutz oder sowas. Einfach hier hingehen, checken, ob ihr betroffen seid. Also, E-Mail-Adresse eingeben und dann seht ihr direkt, ob ihr betroffen seid. Und wenn ihr betroffen seid, gibt es unmittelbar Geld von RightNow. Aber der Pott ist jetzt begrenzt, der wird jetzt bald dicht gemacht. RightNow klagt das dann gebündelt ein. Also, in einer großen Klage geht das dann hier gegen Twitter oder jetzt eben X. Das solltet ihr jetzt unbedingt mal auschecken. Ja, dann gucken wir uns doch mal an, ob die verhetzende Beleidigung hier für Mockridge einschlägig ist. Also, zunächst mal brauchen wir Aussagen. Gucken wir da nochmal in den Paragraphen rein. Die geeignet sind, die Menschenwürde anderer anzugreifen. Ja, da würde ich mal sagen, hier gab es so sinngemäße Aussagen, wie wir werfen Menschen ohne Arme und Beine in einen Pool und schauen, wer am längsten überlebt. Da spricht Mockridge den Leuten mit Behinderung, den Menschen mit Behinderung natürlich ihre Würde ab, weil er präsentiert sich hier als überlegen, lacht darüber, dass die ja alle untergehen und gar nicht schwimmen können. Ja, und auch wenn er sagt, man wirft die ins Becken. Ja, das sind ja Athleten, die springen selbst ins Becken. Ja, da muss man sagen, spricht er den Sportlern auch noch ihre Eigenständigkeit ab. Das ist schon ziemlicher Angriff, wie es hier in den Normen gefordert wird, gegen die Menschenwürde. Andererseits, es kommt der eine oder andere, ja, aber Moment mal, ist das nicht alles von der Kunstfreiheit gedeckt oder von der Meinungsfreiheit? Ja klar, man muss dann natürlich sich das mal anschauen, dass man natürlich als Comedian auch erweiterte Freiheiten hat, denn die Aussagen sollten ja offenbar eher scherzhaft sein und weniger als böswillig. Andererseits muss man aber sagen, wenn es darum geht, dass die Menschenwürde einfach angegriffen wird, der Athleten. Ja, und auch noch so Aussagen wie, ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, sollen wir mal schauen, wer Schnellere hat. Ja, macht ja die Athleten mit Behinderung zu Objekten der Belustigung und spricht ihnen das Menschsein ab, ja. Da muss man sagen, überwiegt in meinen Augen die Menschenwürde der Athleten. Klar, Mockridge will ja sagen, boah, wer ist eigentlich als erstes auf die Idee gekommen und will so ein bisschen witzig machen, hey, hast du Behinderte, ich habe auch Behinderte, lass mal eine Show aus denen machen, ja, aber gerade so wie er es macht, ist es eben schon ein Angriff auf die Menschenwürde der Person, die Gruppe, die er da anspricht. Ja, jetzt könnte man ja erstmal denken, ist doch alles geritzt, ist doch eine glasklare Sache, aber die Norm hat noch einen kleinen Haken. Wenn man nämlich, und so läuft es im Juristischen, bis zum Ende liest, man muss immer ein Paragrafen und Gesetz bis zum Ende lesen, dann steht hier, dass man diese verhetzende Beleidigung an eine andere Person, die zu einer der Vorbeizeichengruppen gehört, gelangen lässt, ohne von dieser Person hierzu aufgefordert zu sein. Der wird dann mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Das heißt, man muss sie an eine andere Person gelangen lassen. Und da könnte jetzt der eine oder andere von euch sagen, ja, es ist ja an die Athleten mit Behinderung gelangt. Die haben es ja jetzt mittlerweile aus den Medien gehört. Aber wenn man sich dann die juristischen Kommentare dazu durchliest, soll das eben nicht ausreichen. Er hätte es wollen müssen, dass diese Message an Menschen mit Behinderung kommt, ohne dazu aufgefordert worden zu sein und anderen Leuten das da eben zugänglich zu machen. Das ist also relativ komplex, diese ganze Norm hier. Und das macht es dann wieder so schwierig. Mockridge hat zwar Aussagen getätigt, sie aber nicht aktiv ohne Aufforderung an die entsprechenden Athleten oder Menschen mit Behinderung geschickt. Das heißt, er hat keine WhatsApp denen geschickt. Und hier war einfach seine Mitwirkung erforderlich, damit sie mit den Aussagen konfrontiert werden. Dass jetzt in den Medien darüber berichtet wird, da sehe ich mal, das ist nicht so entscheidend. Wahrscheinlich werden die Juristen jetzt aber darüber diskutieren, dass man sagt, naja, er hat es ja in einem öffentlichen Podcast gemacht. Er konnte davon ausgehen, dass diesen öffentlichen Podcast auch Menschen mit Behinderung hören, vielleicht auch die Athleten. Eventuell wird man darüber was konstruieren. Ihr seht allerdings, das ist nicht ganz so simpel. Darüber könnte diese Norm, 192a, dann wieder gekippt werden mit der Folge, dass Mockridge sich nicht strafbar gemacht hat. Aber es gibt natürlich noch andere Normen, die hier passen könnten. Zum Beispiel die Beleidigung, 185 habe ich euch schon hier häufig gezeigt, in Form der sogenannten Kollektivbeleidigung. Eine Kollektivbeleidigung liegt davor, wenn man eine Gruppe hat, die hinreichend überschaubar und abgrenzbar ist und diese Gruppe dann entsprechend, diese klar definierbare Gruppe beleidigt. Und da gab es zum Beispiel ein Bundesverfassungsgerichturteil, immerhin, zur Kollektivbeleidigung All Cops Abastards, A-C-A-B. Und da hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, allein diese Buchstabenkommunikation A-C-A-B, wenn man die im öffentlichen Raum sagt und nicht gegen drei, vier, fünf Polizisten richtet, ist noch keine strafbare Beleidigung. Weil man sie gegen die Gruppe der Polizisten richtet, nicht gegen eine ganz klar abgrenzbare Gruppe, dann ist es keine Kollektivbeleidigung. Jetzt könnte man bei Mockridge überlegen, naja, er hat ja eventuell die Ehre der diesjährigen Athleten der Paralympics angreifen wollen, dann hätten wir ja vielleicht einen abgegrenzten Personenkreis. Das könnte man zumindest drüber nachdenken. Man könnte aber auch darüber nachdenken, dass Mockridge alle Menschen mit Behinderung meint. Wenn er sagt, ah, wer hat denn überhaupt die Paralympics erfunden und da auf die Geschichte geht, dann wird das alles schon wieder ein bisschen breiter. Dann ist der Personenkreis nicht mehr überschaubar und erst mal aus der Kollektivbeleidigung raus. Und es ist auch so, dass man ja auch überlegen könnte, oder meint er vielleicht nur die deutschen Athleten der Paralympics, die an den Schwimmwettbewerben teilgenommen haben. Dann wäre die Sache konkret genug und wir hätten die Kollektivbeleidigung. Nur, das kann man aus seinen Aussagen natürlich nicht entnehmen. Ihr seht also, auch die Kollektivbeleidigung wird hier schwierig. Wird also nicht so ganz einfach, Mockridge dafür dran zu bekommen. Aber auch wenn seine Aussagen beleidigend vielleicht nicht sind, sind sie jedenfalls extrem geschmacklos. Und es gibt jemanden, der Anzeige erstattet hat gegen Mockridge. Und der wird jetzt sicherlich auch dann dazu führen, dass diese entsprechende neue Norm vom Staatsanwalt auch geprüft wird. Ich gehe davon aus, dass der 192a hier zumindest, die verhetzende Beleidigung, zumindest mal angeprüft werden wird. Und dann werden wir vielleicht ein Ergebnis haben von der Staatsanwaltschaft, die vielleicht anders ist als meine Prüfung hier. Die dann klar sagt, ja, Mockridge, das ginge zu weit. Völlig ohne Konsequenz, das muss man auch sagen, Konsequenz ist die Geschichte hier nicht. Und man sieht jetzt hier der Podcast, die Deutschen, da ist das Ganze geäußert worden. Er hat jetzt seinen Sponsor verloren, beziehungsweise die Sprachlern-App Babbel. Die hat das Sponsoring beendet. Und auch Sat.1 zeigt hier klare Kante. Sat.1 hat eine Show von Mockridge abgesagt. Nach seiner Häme über die Parasportler sagt Sat.1 eine neue Show, die jetzt hier starten sollte, wird abgesagt. Was ist in der Box? Die sollte jetzt schon am 12. September beginnen, also unmittelbar nach den Äußerungen. Und Mockridge sollte der Gastgeber sein, aber man hat jetzt gesagt, das nehmen wir aus dem Programm. Denn Mockridge, hämische Beleidigungen über Sportler mit Behinderungen, passt nicht zu Sat.1. Und tatsächlich ist es oft so, dass bei Verträgen mit Fernsehsendern, mit Darstellern zusammen es Klauseln gibt, die solche Sonderkündigungsrechte vorsehen, wenn die Darsteller aus eigenem Verschulden sozusagen medial Gegenstand einer öffentlichen Debatte geworden sind. Und dann hat man so ein Sonderkündigungsrecht, wenn das den Werten des Senders zuwiderläuft. Und das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Da sagt auch Sat.1, ja, das läuft unseren Werten zuwider. Aber sie sagen auch, ja, Mockridge hat ja jetzt öffentlich sich glaubhaft entschuldigt. Das heißt, so ein bisschen will Sat.1 schon noch an Mockridge festhalten. Sie sagen, ja, er hat sich ja jetzt entschuldigt. Aber auch die Entschuldigung, die ist irgendwie nicht so ganz genau angekommen. Da sagt die Bild-Zeitung zum Beispiel die Wahrheit hinter der Mockridge-Entschuldigung. Entschuldigung, also die, er siehst es noch, ja, Mockridge hat eine Einladung des Deutschen Behindertensportverbandes angenommen und sich da eben für seine unangebrachten Worte entschuldigt. Und die Bild sagt, nee, so ist es nicht. Offenbar ist nur eine E-Mail geschickt worden von Mockridge an eine Infoadresse und die dann eben den Deutschen Olympischen, den Deutschen DBS, den Deutschen Behindertensportbund erreicht hat, Deutschen Behindertensportverband erreicht hat. Ja, und der aber darauf bislang nicht reagiert hat. Ich meine, das ist ja auch nochmal das Nächste, dass er eben nicht zu irgendwas hier eingeladen worden ist. Und diesen Screenshot, den zeigt die Bild, was das hier für eine Entschuldigung gewesen sein soll. Und es gibt jetzt immer mehr Promis, die Luke dann auch entsprechend canceln und sagen, so mit dem wollen wir jetzt nun endgültig nichts mehr zu tun haben und die sich hier auch ganz eindeutig äußern. Das ist ja nicht das erste Mal, da komme ich gleich wieder mal drauf zu, dass Mockridge hier kritisch in der Öffentlichkeit stand. Das ist also jetzt ein neuer Skandal, kann man sicherlich so sagen. Auf Twitter sieht man, dass viele sich hier aussprechen gegen Mockridge und einfach eine endgültige Klärung wollen. Wir sehen hier einen Tweet zum Thema von Mareike Miller, die ist Präsidiumsmitglied der Athleten Deutschland. Sie sagt, die Aussagen von Luke Mockridge sind nicht mit unseren Werten vereinbar, deshalb möchten wir sie nicht unkommentiert stehen lassen. Und da sagt Mareike Miller, es gibt einen großen Unterschied zwischen Humor und verunglimpfenden, hämischen Provokationen. Die Äußerungen von Luke Mockridge waren geschmacklos und respektlos. Ja und ich gehe sogar noch weiter, sie waren möglicherweise sogar strafbar. Und Twitter ist voll davon, wenn man bei Twitterperlen guckt, sieht man, was da alles gepostet wird. Luke Mockridge mit 36, schon dein peinlicher Onkel, dem du auf der Weihnachtsfeier aus dem Weg gehst. Das ist hier alles noch im Fluss, wie ihr seht, wird hier in den Medien gerade im Stundentakt über die Causa Mockridge berichtet. Für Mockridge bitter, weil es ist nicht das erste Mal, dass darüber berichtet wird. Vor rund drei Jahren war er schon einmal sehr in der medialen Präsenz unterwegs. Nachher hat er sich auch eine psychologische Behandlung gegeben. Da gab es Vorwürfe von sexualisierter Gewalt, die im Raum standen gegen seine Ex-Freundin Ines Anjoli. Da gab es also einen öffentlich ausgetragenen Fight und den habe ich hier auch euch mal zusammengefasst im Video. Solltet ihr euch mal anschauen, dann versteht ihr auch die aktuelle Empörung und die Entgleisungen noch besser. Dazu habe ich schon mal ein längeres Video gemacht. Seine zweite Chance, die hat Mockridge in meinen Augen jedenfalls radikal versemmelt.